Sankai Sakai Fischhorn Hiroshima Nisai 54 cm weiblich Auch diesen Sankai haben wir als Koffei gekauft, ist jetzt seit Mai da Auch hier haben wir einen Hydrolibi Sankai Sehr gute Körperform Gutes Benizumi ist jetzt am kommen Also an verschiedenen Punkten Auch hier im Endmaß kann man locker die 80 cm schaffen Der Fisch ist relativ hoch und am schönen Körper Gute Schirrung Und auch sehr schöne Flossen Also hat perfekte Voraussetzungen für einen sehr sehr guten Fisch auch im Alter Bis zum nächsten Mal